Meander eines Baches beim Staudamm Das kleine Staubkraftwerke Ein Wasserkanal ist mit dem Pumpwerk bei der Brücke am Anfang der Tour verbunden. Der Elendgraben muss durchquert werden, um zum hängenden Stein zu gelangen. Vom hängenden Stein geht es diesseits des Elendgrabens weiter. Eine seltene Begegnung mit einer Schlange direkt am Weg um den Umlauf. Auch eine grüne Eidechse haben wir direkt neben dem Weg beobachten können. Der letzte Anstieg zum Ödenschloss. Der letzte Anstieg zum Ödenschloss. Grillplatz in der Mitte und links ein Schattenfleckern. Innerhalb der Gemauer ein netter Rastplatz. Radio werden uns transportiert undliśmyren diese Wasserkanal. Rund um das öde Schloss viele traumhafte Ausblicke auf den Kamm.